Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Renitente Runen anzunehmen bei Katharine Prachtner in Dvustvar. An dieser Position ist die Folgequest von In die Dunkelheit und gehört zum Erfolg der Stolz von Kultivas. Wie ihr seht, bin ich hier in einem Keller oder Gewirbe. Ich werde ganz schnell hinauslaufen, um euch die Map auch draußen aufzumachen, falls ihr es benötigt. Falls es euch nicht interessiert, dürft ihr einfach ein bisschen vorspulen. Aber ich denke mal, falls jemand genau das sucht, ist es sehr hilfreich. So, das ist dieser große Baum hier. Man questet auch in diesem Gebiet, aber eventuell vergisst man es und ich hoffe, dass es jemand hilft. Kann ich da hinunter springen? Glaub nicht. Nö, ich muss laufen. Aber wie gesagt, hat ja nicht lange gedauert. Und wie man sieht, darf ich jetzt bei dieser Quest dieses Wunen-Wetze lösen. Nun, so schwer ist das nicht. Wir seht, haben diese Wunen Zeichen und an der Wand sind auch Wunen platziert. Und normalerweise dürfte das so sein, dass man von links nach rechts die Wunen durchklicken muss. Also, erst dieses Zeichen. Das ist dieses hier. Schon mal gut gegangen. Dann so eine Art H. Jetzt sehe ich es nicht wegen der Sprechblase. Das ist dieses hier oben. Musst du ein bisschen näher dran gehen. Dann ein K. Das ist dieses hier unten. Und dann das N. Das ist das ganz linke. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Die Quest ist abzugeben bei Katharine Pfachtmehr in Brustfahr an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Tschau. 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 Tschau.